Hallihallo liebe Freunde von Minecraft und wir sind hier, wow, hier habe ich also aufgehört zu spielen. Da ist mir letztens ein Creeper explodiert und was ich eigentlich machen wollte, natürlich echt doof, dass das jetzt hier so angelegt wurde. Ich würde gerne um die Felder einen Zaun machen, dass man da nicht drüber läuft. Wir haben natürlich nichts mit. Warum? Ach, falscher Knopf. Zaun? Ist das Zaun oder... Ja, das ist Zaun. Ich möchte nicht, dass das Feld zertrampelt wird. Das bedeutet, wir haben keine Schaufel. Wir haben schon Schaufel, Schaufel, Schaufel. Pflastersteine. Schaufel. Schaufel. Ähm, so. Ein bisschen Erde. Die wir gebrauchen könnten. Und zwar, um von hier aus... Ach, eine Erde zu wenig. Zack, um den Zaun weiterzubauen, aber wir haben nicht genug. Und hier gehört eigentlich auch gar kein Zaun hin. Äh, Ada. So. Dann müsste eigentlich hier auch noch... Ne, hier müsste nicht. Hier müsste ein Zaun hin. Weil da das Feld noch gemacht wird. Hier habe ich das. Hier habe ich... Zwei, drei Kühe und drei Schafe. Das bedeutet, mir fehlen noch... Hühner. Hühner fehlen mir noch. Wir haben drei Weizen. Ähm, gut, das ist das, was wir demnächst machen müssen. Da Zäune hinsetzen. Weit. Nein. Ähm, nehme Schafe oder Kühe? Baby Kuh? Da, Baby Kuh. Hä? Okay. Das wächst da alles langsam. Nein, nicht die Schaufel. Haben wir hier Holz drin? Wir haben hier Holz drin. Und Stöcker. Oh, wir haben noch hier eine Menge Stöcker. Hä? Ah, okay. Das bedeutet... Wir können... Ah, okay. Cool. Und wieso kriege ich keinen Zaun daraus? Muss da etwa... Ah, muss da etwa... Das dazwischen? Haben die das geändert? War das nicht mal nur Stöcke? Nein. Ah, jetzt habe ich mir zu viel gemacht. Immer das Gleiche. Es wird doch jetzt nicht schon wieder dunkel, oder? So, theoretisch müssten wir hier... Dann hier wieder... Nein! Mist, jetzt habe ich... Ah. So, das muss weg. Das muss weg. Das muss weg, das muss weg. Das muss da hin. Das sind die Felder. Da haben wir auch was falsch gemacht. Und da auch. Gut. Was wir... Was ich auf jeden Fall noch machen wollte... Ist... Erstmal schlafen gehen. Wieso ist mein Chat offen? Oder ist der immer... Ah, okay. Der ist immer offen. Wieder reintun. Das wollte ich... Und... Das brauche ich jetzt. Und das brauche ich jetzt. Denn... Ich möchte mir da oben... Einen Ausguck hinbauen. Damit wir von hier aus... Das weg. 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 So, hier kommt der Turm hin. Obwohl... Das ist der... Muss ich mal gucken, wie viel Platz ich brauche. Du musst auf jeden Fall Weichen bauen. Ist das eine Eisen- oder eine Steinenärzt? Keine Ahnung. Sieht zumindest nicht nach Eisen aus. So, okay. Setzling. So, jetzt ist die Frage. Wir bauen uns erstmal eine... Werkbank. Die wir hier hinstellen. Dann ist die Frage. Wir bauen das Außending. Würde ich sagen aus Stein. Und das bauen wir so. Das wird dann die Treppe. Ich möchte gerne, dass man... Haben wir Erde? Ja, da haben wir. Verheben ein bisschen auffüllen hier. Damit... Okay, keine Herde mehr. Ähm... Ja. Ich würde gerne, dass man von hier aus da reingehen kann. Weißt du was? Ich mach mal so. Von hier aus da reingehen. Und von der anderen Seite reingehen können. Und ich möchte gerne eine Wendeltreppe. So. So. Gehe ich dann direkt hier rüber? Mach ich das auch... Ne, ne, ich mach, dass da in der Mitte einer frei bleibt. Ach, Mist. Das... Ah, fuck. Weg. Und... Ah, falscher Knopf. Na, komm. Hoch. Äh, fuck. Nicht fuck. Schlimmes Wort. So. Ja, komm. Hinsetzen. Und ich würde sagen, ich werde mir langsam mal eine Themenliste aufsetzen. Mit Themen, über die man so sprechen kann. Während man in Minecraft baut. Ups. Denn manchmal bringt das Spiel nicht die volle Leistung, mit der man reden kann. Und ich würde sagen, so machen wir das auf jeden Fall immer weiter, bis wir... Okay. Wir haben schon... Da ist Schnee. Da sind Berge. Da ist Sand. Da müssen die Hüllen sein. Da ist Wasser. Ja, mal kurz abchecken, wie das hier mit den Biomen ist. Mal eben hier runter gehen. Und dann eigentlich... den Boden aus Stein machen. Was ich noch nicht verstanden habe, ist, dass mein... Ach, Mensch. Dass mein Mausrad manchmal ganz schnell sich bewegt... Manchmal hasse ich mich, ne? Dass sich mein Mausrad manchmal sehr schnell bewegt. Also, beziehungsweise nicht schnell bewegt, sondern, äh... schnell hin und her scrollt und manchmal nicht. Das ändert sich von ganz alleine. Da kann ich eigentlich nichts dran ändern. Zumindest noch nicht. Weil ich mich noch nicht damit auseinandergesetzt hab. So. Ach, Mist. Ich hab doch gerade eben noch gesagt, ich möchte gern von der anderen Seite auch da reingehen können. Was auf jeden Fall noch kommt, ist... dass ich von meinem Haus da rein kann. Nein, das ist nicht weg. Ach, Mist. Und zwar... Muss da noch eine Treppe rein? Ja, das ist eigentlich okay. Wenn wir da eine Treppe reinmachen, dann kann ich das so lassen. Dann brauche ich das mal eben so hoch. Dann muss ich hier auch noch... No, das war so klar. Eine Tür, eine Tür, eine Tür, eine Tür. Die Werkbank tun wir dann mal reinlegen. Hallo? Das ist die Werkbank. Werkbank, Werkbank, Werkbank. Da rein. Eine Tür. Zack. Drei Türen. Und ich brauche... Nein. Nein. Das war der falsche Knopf. Mal wieder. Ich brauche einen.